so hallo wir machen weiter bei vldc 11 hier wurde ein kaiser level mir gerade angekündigt wir gucken mal vorsichtig rein was hier kommt so schlimm ist es aber auch nicht okay so schlimm wie das an das klingt schon mal gut scheiße okay zu langsam okay aber dann werde ich auf jeden fall herum staten wie sonst was i guess oh jetzt muss ich darüber wechseln okay jetzt habe ich den state gewechselt moment so okay sagt gott so hier hier ist hier ist erst mal safe ich glaube joshicoins gab es ja ja joshicoins gab es keinen mond gott schwierig schwierige momente pilz kommt wieder her kommst du zurück nein cool da musste ich nur reinladen aber das ist okay weil dafür ist die säge weg jetzt muss ich die auch noch befreien hier ach so ich kann mich ja hier treffen lassen okay nach gut ja keine einzige joshicoin bisher jetzt fangen sie an da ist ihm eingefallen er könnte auch noch joshicoins setzen ok oder es gibt einfach wieder drei millionen checkpoints oh gott na ok wir werden also weiter auf sägenspinschampen das scheint das gimmick dieses levels zu sein haben wir wieder den begriff gimmick ja ne bin schlecht so schwer war das doch eigentlich jetzt kommt okay lass mich da durch gut super natürlich jetzt ist dort bei der ersten joshicoin eine tür erschienen ah ok also es war ein relativ sehr kurzes kaiser ja und noch ein kleiner fun fact in der früheren version vom heck führte die tür wo der erste joshicoin war zu einem bonus game oh ok und nicht zu diesem bus sehr gut das war deutschland wahrscheinlich nicht so gedacht ja es war wieder einer dieser fehler wo ich dachte es wäre ein fehler aber es war keine ich habe da keine tür gesehen ah ich verstehe ja so nein ich bin drauf ich habe es davon noch gesehen dass ich dahin muss ok ja könnte man jetzt mal spaßeshalber sagen man probiert ohne selbst jetzt aber nicht muss ich jetzt nicht haben nicht verschlucken ok dann war das das level aber wird die monument die palette gefällt mir jetzt schon weil ich darauf stehen ja ok joshicoins gibt's mond gibt's alles gibt's nein recht ja geh da hoch und dann ich so oha der mond ist in diesem sublevel in diesem abteil noch ach das tut weh ok ja gut hätte ich mir anhand der roten farbe fast denken können aber ich dachte auch dass das wasser weh tut aber es war normales wasser wieso nehme ich eigentlich immer shells mit wenn ich sie nicht brauche ok da drüben ist eins was weh tut aber ansonsten tut's nicht weh so oh oh dann hier runter ok joshicoin nein nein und mit dem muss jetzt darüber fahren oder was ja oh je ich hoffe das funktioniert jetzt äh ich lass ihn erstmal ein bisschen weiter runter kommen gut ich glaube du musst die kamera ein bisschen weiter hoch scrollen ja ja problem ist jetzt aber beides könnte funktionieren ne doch ich komme unten durch ja sehr schön doch komm her hallo oh ja super super hat gut funktioniert aber er ist ja trotzdem gleich wieder ganz weit oben ja muss irgendwie anlauf nehmen um die kamera hoch zu scrollen ok ich hole jetzt erstmal kurz die joshicoin und dann machen wir den rest das hat gut funktioniert das hat gut funktioniert ok abflug ok ah nein oh kommen wir jetzt erstmal die joshicoin ran vielleicht aber wer kommt denn auf die idee da rüber zu gehen also wird das ja wieder nix also die erstmal erstmal die joshicoin ich habe ich ja vorhin schon gehabt so gut ok 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 ja zwei sogar und ich komme jetzt wieder zurück das war es oder wie das ja bisschen doof vielleicht kannst du den contradiction mich dabei geht lieber nochmals durch bis ich den da wieder ach so, ah, warte, ja, okay doch, ich verstehe, was du meinst vielleicht naja vorhin habe ich ein kurzes Jahr gesehen sogar vielleicht kriege ich den irgendwie doch da rein buxiert ne, der ist zu weit drüben schade ja, ist ja komisch, naja gut jetzt musst du die andere Koi nochmal holen ja, macht ja nix die ist ja nicht das Problem und das geht ja auch schnell super ach, hätte wait das teste ich jetzt hätte ich hier vielleicht eine Feder bekommen dann hätte ich es nämlich verstanden, dass man sagt, okay, man muss die Feder behalten und dann kommt man da gut rüber dann wäre das irgendwie fair gewesen, dann käme ich auch wieder zurück aber nichts dergleichen ist passiert doch keine versteckte Feder ne weil dann hätte ich es verstanden dann könnte man das so einbauen, aber so ist es schon ein bisschen weird gewesen weil du hast hier halt nichts ach, du hast hier literally nichts, was du machen kannst na gut so, Abflug okay, hallo blaue Münze hallo blauer Fuzzy du siehst sehr weird aus bitte geh kaputt du hast noch blaue Feuerball oh ja, die sind auch noch blau ich würde sagen, das alles, also die blaue Münze, der blaue Fuzzy und der blaue Feuerball sind nur Nebenwirkungen von irgendwelchen anderen Palettenveränderungen ich glaube, er wollte einfach nur den Fuzzy blau machen und du meinst, der Fuzzy sollte so blau sein, weil das sieht halt weird aus ja, und die alle benutzen diese Palette die Feuerbälle und was war da noch? die Münze die Münzen auch, ja ah, okay also der Fuzzy ist der, der so sollte und der Rest nicht ja okay, na gut aber irgendwie komisch, dass er, also alle anderen Gegner so dunkler und den Fuzzy so grellblau aber in Ordnung oder er wollte die Fische ja vielleicht eher die Fische und der Fuzzy ist auch eine Nebenwirkung ich weiß es nicht aber der Fuzzy wirkt schon sehr merkwürdig naja, vielleicht soll's das sein ist ja, wir werden's nicht erfahren oh, das war schlecht oh, das war ganz schlecht ah, ich kann da drauf auf die Wolke das war dumm haben wir schon alle Yoshi-Coins ja hab ich drei Stück jetzt in dem Abschnitt gesammelt und ich weiß es gar nicht mehr stark und der übliche Bosskampf ja, stimmt, ja mhm ah, da oben ist er ah, da oben ist ein anderer Key da, 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 da okay, dann muss ich wieder öfter hoch dann machen wir schon mal den Kollegen hier kaputt wait, ich brauch den Key gar nicht ja gut durchdacht dann können wir nämlich doch die Geheimnisse des Universums retten einen zumindest Aua so oh ja so die die spawnen das Level hatte Stärken aber auch Schwächen fassen wir es mal so zusammen Flames of Muspel oder Muspel oder wie auch immer von Falcon Punch okay, rein da 24. geworden ja das tut weh natürlich ist ja Feuer ach ja bitte nur kurz bitte nur kurz bitte nur kurz nochmal okay, was so you are the web called Mario the only way you'll escape is by burning or my name is Surtr King of Muspel okay, alles klar, Surtr aber du bist Surtr okay, Surtr Aua bitte tu mir nicht weh, Surtr oh come on hör auf die Scheiße zu schmeißen ach, machen Abflug so oben soll nichts sein ich glaub nicht nee oben ist nichts also musst du nichts abchecken ach, das geht auch mit der Wolke bitte? ja das das Problem ist aber ich hab sie durch einen Block kaputt gemacht ich glaub die Wolke haut irgendwann ab ja ist so viel dazu schade und dann kommt Surtr gleich wieder zurück das ist natürlich doof aber ich konnte hier noch ein bisschen loswerden ach Surtr mach Abflug will das nicht das war jetzt nicht so gut können wir nochmal eins bekommen ja okay danke cool tschüss leider nur für kurze Dauer aber weg ist weg nein okay Surtr komm hier über die Münze das reicht nicht schade zu zu hoch aber ich krieg ihn so ich krieg ihn so ich krieg ihn so machen Abflug weg mit nein hä ach so er hat grad geworfen in dem Moment nein es ist es nicht wert vor allem den Moment in dem er halt weg ist ja wurscht ertragen wir ihn halt okay ich finde die Platzierung das Level ist ein bisschen fragwürdig 24 oder welche Platz hat das zu gut ich habe es auch im ja aufgrund von enemy spam okay ja ja wahrscheinlich viel los das ist richtig oh mein gott ich dachte die fahren runter also sie fahren runter aber ich dachte nicht so weißt du dann was den Chatsch ist hier oh mein gott okay noch ein Pilz das weiß ich nicht habe ich nicht gelesen okay warum verschwindet okay kann man mal machen was verschwindet der 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 genau der kollege der verschwindet manchmal mit den säulen so als wer da ach so das soll so oha okay ja das soll scheinbar so dass ich da auch das sehr interessant aus oh mein gott jetzt können die schnell rauf und runter okay aber beabsichtlich ist es nicht es ist einfach ein quirk in smd okay das sind ja das sind auch irgendwie im vordergrund oder im hintergrund sind irgendwie so irgend so ne so ein muster oder irgendwas was da nochmal sich blarks blarks sind hinter layer 1 und wohl hinter layer 2 okay layer 3 jetzt kommt er wieder ja genau ich will das rechtzeitig stoppen nein ich krieg's nicht gestoppt das gibt's doch nicht okay aber ich glaube du hast gesehen was ich gemeint habe ja ich hab's gesehen diese mauer grafik die ist in seinem gesicht alter ist ja gut jetzt vor allem wir haben drei joshicoins das gefällt mir nicht mir auch nicht gut aber ich glaube das level ist auch noch nicht zu ende ja wir fliegen jetzt ja noch okay 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 joshicoin vier da ist die vierte aber ich glaube du hast noch gepasst ich kann nicht durch die tür jetzt nein es kommt bestimmt noch ne joshicoin ich glaube da ganz fest scheiße nee okay wo könnte ich dich verpasst haben es kann ja eigentlich nur im ersten abschnitt sein weil der zweite war ja eigentlich nichts verstecktes glaube ich oh mein gott okay ja ich bleib dabei die platzierung ist zu gut ja wirkt schon so aber wer weiß woran es liegt aber ich hier ist ja auch also doch doch du kannst ja wenn du die wolke hast dann scrollst ja hoch also man kann theoretisch schon nach oben weil ich kann mir nicht vorstellen dass da irgendwas ist er will ja garantiert nicht dass man die wolke kapert bis hier kann nichts anderes oh mein gott gehen wir nicht auf den keks super so nein okay ich glaube nicht dass da was ist aber das ist halt die stelle wo man sie kapern kann und normalerweise kann man ja auch nicht hier so durch speeden das ist interessant aus da war dann die münzen weiter oben ja da schaue ich auch gleich noch mal nicht fahren und kurz mal in die andere richtung aber hier kann nichts sein das wäre das wäre unmöglich also das kann eigentlich nicht sein ja und wenn sie hättest du gesehen wenn die unten gewesen wäre richtig was sind das für münzen warum sind die da oben oh bisher dürfte ich aber eigentlich nichts verpasst haben unten kann ja eigentlich auch nichts anderes sein also ich denke schon dass ich so weit überfliegen konnte oh nee ich wollte sagen hier unten rein aber nee ist ja Quatsch bei in der Höhle selbst kann ich mir nicht vorstellen dass da was ist aber jetzt sind wir schon bei der Höhle also noch nicht ganz noch nicht ganz versuche ihn mal mit den Bomben zu killen oh stimmt hier kann ich die Wolke holen hier kann ich mir die Wolke holen du hast recht 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 hier kann ich mir die Wolke holen ist einfach viel zu geliehen ah ja okay oh mein Gott da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen so okay the ground is gold von Neosaver 25 halt wenn ich gerade den 25 Platz bin ich blöd ah ne 24 da war es schau mal nah dran halt slide by pressing down to kill ihr arm mensch wirklich erklären wir wie man das Spiel spielt danke und drücke B um zu springen ja aua okay 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 ist da noch was? nein gut dann weiter runter hui das war schon wieder mit sliden jetzt jawoll aua ah ok da war tatsächlich eine sehr schön ach dumm hui nein da oben ist safe was was wir benötigen wieso klappt das beim zweiten mal nicht rutschi rutschi jetzt jawoll sehr schön oh ähm wäre es frech wenn nur auf einer Seite eine Yoshi coin wäre solange es nur ein Minigame ist mit Münzen ist das okay ich hoffe das nicht ich gehe in der Mitte oder sonst sehe ich nicht ob irgendwo eine Yoshi coin okay da nix mit Yoshi coin gut ist der erste das ist das erste Level was so diese Art von Minispiel eingebaut hat this statue is the key to the gold palace bring it down to its entrance think quickly to clear the trials down there okay ich muss gleich nochmal niesen glaube ich ah das tschuldigung ne Yoshi coin Gesundheit so eigentlich ist es gar nicht so kalt das ist warum muss ich denn so oft niesen jetzt nein jetzt stoppt doch mal langsam hier okay hier ist eine Tür ach die Statue wie soll ich den ja ja jetzt ah verstanden wenn ich es versauere habe ich die Tür zum Resetten I see okay jetzt habe ich das kapiert was er von mir will zack gut okay jetzt müssen wir warten hui ähm ähm Hilfe alles was ich tun muss ist dem Ding folgen ich lass dich mal hau okay oh wait ich hätte da oben ich hätte da oben was holen müssen ja äh 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 ne da oben ist nichts nicht doof ach doch da ist ein ah okay da ist ein piecewitch block alles klar gut supi runter ähm puh das hätte knapp werden können äh okay da muss noch irgendwas anderes kommen nochmal ein piecewitch oder was ach ja toll okay einmal hops einmal hops und zack so machen wir das jetzt hilfst du mir aber erstmal hier rüber für die vierte joshicoin moment aber wenn ich jetzt hier ach so das ist wahrscheinlich auch eine tür die auch weiter führt ja okay die können beide im selben raum 5 joshicoin yes wir haben alles prima sehr schön gut wunderbar so ich putze nochmal ganz kurz Nase immer wenn ich niesen muss muss ich danach die Nase putzen so da sind wir wieder ähm gut haben wir noch Zeit ja ja haben wir noch wir sind bei 30 Minuten Underworld Chappelle Disc Poppy 75 geworden kein joshicoin aber Mond Pilz ein wenig gruselig geht geht ja Mist okay das tut wahrscheinlich weh Halt Stopp äh aha haben wir den Mond etwa schon gefunden hä und da habe ich gerade eine Abkürzung gefunden hä okay ich kann oben rum ich kann unten rum ich kann überall rum egal wir gehen jetzt erstmal hier lang ach ne hä okay das ist irgendein Alternativweg gehen wir mal jetzt hier lang möglichst weit oben oben ist immer gut ich habe das Gefühl das Level kann man auf 3 Millionen Art und Weise durchspielen kann man wahrscheinlich so zack wir bleiben mal oben okay das schon mal ein Midwaypoint okay da ist ne Tür jetzt sehe ich da oh mein Gott ja alle Zuschauer äh naja Epilepsie warner und so ja es flackert ja zum Glück nicht es wird ja nur so hell ja ich weiß nicht ob das auch Epilepsie technisch was auslösen würde oh mein Gott aber kein äh gut möglich ich weiß es nicht oi 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 das sieht ja super hässlich oh mein Gott hilfe ich werde sterben okay ich wollte gerade sagen ich sehe ne Yoshi-Coin aber gibt es ja gar nicht Mond muss ich suchen keine Yoshi-Coins sehr gut okay hier kann ich stehen super okay Röhre so ach verdammt okay ne ich glaube es ist alles okay ich glaube den kriegst du jetzt schon spul mal zurück ich glaube den kannst du kriegen wenn ich mich nicht täusche von hier aus ich bin die eingesperrt ne ich glaube es gibt irgendwo ne durchlässige Wand oder auch nicht okay vielleicht von der anderen Seite habe ich gemeint naja okay mach mal lr scroll nach links ja ich glaube das sollte irgendwo im ersten Abteil sein ja also aber das würde bedeuten dass man komplett das ganze Level skippen kann also den zweiten den blinke Teil aber es wäre möglich ich gehe auf jeden Fall mal unten rum aua ja aus dem blinke Teil wüsste ich nicht wie man da hinkommen soll ah ne ich glaube doch ähm vielleicht ist es doch in einem anderen Raum ich kann mich an einen erinnern der auch so Blutspuren hatte ähm okay der ist oben dort bei diesem Block da oben oben links wer will es? dort ah jetzt sie mhm den habe ich vorhin nicht gesehen da komme ich jetzt da am blödsten hoch komm fahr mal weiter Kollege äh okay wir machen das anders ach an den komme ich auch wieder nicht ran aber an den komme ich ran erstmal Pilz und dann gibst du mir mal deine Shell Dankeschön okay wir machen es von hier okay gut so jetzt ist hier eine Tür okay jetzt sind wir in einem komplett anderen Abschnitt wenn ich doch falsch liege dann hast du wenigstens ein bisschen mehr von Level gesehen ja das kann schon hier ein alternativ Weg sein weil wenn das am Ende zum Mond führt würde das Sinn ergeben weil dann hätte man zumindest auch trotzdem ein großen Teil vom Level gespielt der halt optional war aber den anderen Teil nicht oh mein Gott Kupa nimmt mich hops so jetzt aber meine Güte ich nehme mich selber hops ist auch in Ordnung gehen wir mal unten lang jetzt bin ich hier gelandet also genau mal zu diesen ja ich meinte bei diesen Kisten da unten ja ich gehe mal wieder runter also das war ein Alternativweg aber der führt auch in den Blinke Raum das ist schon mal gut zu wissen nee bei diesen Kisten wo du da warst ich glaube da kannst du ich glaube da kannst du sogar durch weil da sind ja da waren ja auch solche blauen Blöcke die du wegnehmen musstest ach so oh ja da kann man durch aber nur vielleicht naja es würde Sinn ergeben dass man da die Blöcke mit wegnimmt und dann da halt was ist tatsächlich ach so ach so ah ja okay jetzt verstehe ich auch super okay und du hast Neues gelernt deswegen sieht man den Mond schon aber kommt gar nicht zum Ziel auch interessant ähm noch wieder eine kleine Warnung das ist auch ein sehr schweres Level ja wir sind auch bei 40 Minuten ich hätte jetzt so oder so gestoppt okay Dude Chill Toxic Wave 43 nächstes Mal danke fürs Zuschauen und tschüss tschüss das ist esaden die ist 崩steine die lieb Vielen Dank.